Kriegen wir jetzt doch noch eine Jahresendrallye? Blöde Frage werden jetzt viele sagen. Die Börsen sind seit Monaten in einer ausgeprägten Korrektur. Da wäre es schon sehr, sehr überraschend, wenn der Markt jetzt plötzlich drehen würde. Nur letzte Woche, da war die Fettsitzung und es hat dann plötzlich eine starke Gegenbewegung gegeben. Was ist da passiert? Kann das jetzt die Wende sein und ist es vielleicht sogar eine gute Kaufchance, eine gute Einstiegschance? Jetzt ohne Lebenslauf bewerben. Eine Stellenanzeige. Ich habe sie neulich gesehen auf einer Bäckertüte. Ich hoffe, man kann es hier erkennen. Sich bewerben können ohne Lebenslauf. Das heißt, es gibt jetzt auch wieder Jobs für Annalena Baerbock und auch für jeden anderen, der eine schwierige Vorgeschichte hat. Oder auch für Leute, die ihr Leben bis jetzt eben verplempert haben. Schamanen, Finanz-YouTuber, Howard Carpendale-Fans. Alle kriegen jetzt wieder eine Chance. Und das kann ja auch sehr sinnvoll sein. Also nehmen wir an, Sie waren jetzt die letzten zehn Jahre Vollzeit-Drogendealer. Und jetzt wollen sie sich verändern. Und das, was sie bis jetzt gemacht haben, das ist ja durchaus eine anspruchsvolle Tätigkeit gewesen. Schwierig in einem wettbewerbsintensiven Umfeld auch. Das kann wirklich nicht jeder. Aber trotzdem, im Lebenslauf wird sowas immer noch nicht gern gesehen. Insofern gut, wenn man darauf verzichtet als Arbeitgeber, dann kriegt man wenigstens auch wieder ein paar gute Leute. Aber es ist natürlich schon verrückt. Also die Unternehmen, die werben heute ja kaum noch um Kunden. Die braucht anscheinend kein Mensch mehr. Sondern sie werben hauptsächlich um Mitarbeiter. Und das mitten in der Krise. Die Wirtschaft schrumpft. Gleichzeitig haben wir aber trotzdem noch einen hohen Lohndruck. Und damit potenziell auch Inflationsdruck. Und Inflation, das ist das große Problem, das ja die Börsen beherrscht seit fast zwei Jahren. Trotzdem, dieses Jahr ist es ja gar nicht so schlecht gelaufen. Und da schauen wir uns wieder die USA an. Die Weltleitbörse. Leit mit T, nicht mit D. Der breite S&P 500 Index die letzten fünf Jahre. Gerade wir haben eine wahnsinnig starke Erholung gehabt nach dem Corona-Crash. Letztes Jahr dann aber eine ordentliche Korrektur, weil ja die Zinsen stark gestiegen sind. Aber ab letztem Herbst, da ging es dann doch wieder nach oben. Bis Ende Juli zumindest. Und seitdem jetzt aber wieder eine Korrektur. Und das schauen wir uns nochmal genauer an. Hier auf dem Einjahres-Chart. Also eine sehr starke Marktentwicklung eben bis Ende Juli. Und dann kippt das Ganze aber plötzlich. Die Stimmung ist plötzlich wieder extrem schlecht gewesen. Bis letzte Woche. Und da macht der Markt dann aber plötzlich wieder einen großen Satz nach oben. Der S&P 500 Index, der ist letzte Woche gestiegen um 5,9%. Und der Nasdaq sogar um 6,6%. Bei beiden die beste Woche seit über einem Jahr. Sodass sich die Frage stellt, war das jetzt vielleicht der große Befreiungsschlag? Haben wir vielleicht doch noch eine Chance auf eine schöne Jahresendrallye? Fangen wir mit dem an, was eigentlich jeder weiß. Eigentlich geht die Inflation ja schon länger wieder zurück. Hier haben wir die US-Inflation zum Beispiel. Die Grafik ist von Trading Economics. Letztes Jahr, da waren wir in der Spitze bei über 9%. Und inzwischen sind wir aber nur noch bei 3,7%. Und auch dazu jetzt nochmal die Fußnote heute, bevor sich wieder alle wahnsinnig aufregen. Eine fallende Inflation heißt nicht, dass die Preise fallen, sondern dass der Preisanstieg jetzt niedriger ist als vorher. Und das gleiche haben wir aber in Deutschland auch. Die Grafik ist von Tagesschau.de. Auch bei uns ist die Inflation schon wieder relativ stark zurückgegangen. Das wissen wir aber eben auch schon alles. Wir wissen es bestimmt schon seit einem Jahr. Nur was heißt das dann immer für den Aktienmarkt? Wir wissen ja, es geht in die richtige Richtung irgendwo. Die Leitzinsen wirken irgendwo schon. Aber auf der anderen Seite sagen uns die Notenbanken eben auch, speziell die FED in den USA, noch ist der Kampf nicht gewonnen. Die Zinsen müssen vielleicht noch länger oben bleiben. Und so geht das jetzt eben schon die ganze Zeit. Und dass sich die Börsen jetzt erstmal wieder erholt haben seit letztem Herbst, das ist ja vielleicht noch irgendwie nachvollziehbar, weil wir waren ja auf dem richtigen Weg. Aber das Interessante ist aber doch, dass sie ab Ende Juli dann eben doch wieder eingeknickt sind. Und dass es gleichzeitig dann auch diesen Zinsschock plötzlich gegeben hat. Plötzlich sind die Zinsen immer weiter hochgegangen. Das ist der Zins auf US-Staatsanleihen mit 10 Jahren Laufzeit. Der Chart ist von TradingView von 3,3%, wo er noch im Frühjahr war, bis auf 5% plötzlich. Obwohl wir doch bei der Inflation kurz vorm Ziel sind angeblich. Und ich habe zu dieser Zinspanik auch ein ausführliches Video gemacht vor drei Wochen. Jamie Dimon von JP Morgan, der hat ja zum Beispiel gewarnt, die Welt ist auf 7% Zins nicht vorbereitet. Und viele andere, BlackRock, Ray Dalio und die Bank of America, die haben auch gewarnt, zum Teil von einem regelrechten Zins-Armageddon. Und dann plötzlich letzte Woche eben alles wieder vorbei. Die US-Zinsen rutschen auf einen Schlag ab von knapp 5% auf unter 4,6%. Und der Aktienmarkt macht einen Satz nach oben. Was soll das denn jetzt wieder, kann man sich fragen? Naja, es war Fettsitzung. Leitzinsentscheidung, Leitzins mit T, nicht mit D. Und wieder mal das große Thema, was sagt Jerome Powell? Was spricht das Orakel? Wann zucken seine Lippen? Wann hebt er die linke Augenbraue an? Und ist irgendein Wort diesmal anders, als was er letztes Mal gesagt hat? Die große Textexegese mal wieder. Und man kann sich ja inzwischen durchaus die Frage stellen, geht es am Aktienmarkt noch darum, was wirklich passiert? Oder geht es nur noch darum, was die FED sagt? Aber diesmal haben die Anleger anscheinend gekriegt, was sie wollten. Zumindest glauben sie das jetzt. Der Leitzins ist jetzt eben zum zweiten Mal hintereinander nicht mehr nochmal angehoben worden. Und Jerome Powell hat zwar eigentlich nur gesagt, man muss jetzt vorsichtig abwägen, was man tut, was ja auch nachvollziehbar ist und vernünftig ist. Aber er hat eben auch gesagt, man kann es sich jetzt leisten, dass man vorsichtig ist. Weil man ja inzwischen nämlich sieht, die Geldpolitik hat anscheinend einen Effekt. Er ist also anscheinend jetzt auch nicht mehr so besorgt, dass die FED zu wenig gemacht hätte. Und darum haben die Anleger gesagt, endlich, das war es jetzt. Das ist die Wende. Die Zinserhöhungen haben wir jetzt hinter uns. Reicht das jetzt für eine stärkere Markterholung? Ich würde sagen, was auf der FED-Sitzung passiert ist, das ist jetzt noch nicht so wahnsinnig spektakulär, weil das der Punkt jetzt gekommen ist. Darauf warten wir sowieso doch schon alle die ganze Zeit. Aber es ist eben schon positiv vor dem Hintergrund, dass der Markt jetzt drei Monate lang korrigiert hat und dass die Stimmung jetzt auch wieder sehr, sehr schlecht war. Der Fear and Greed Index von CNN zum Beispiel, der war jetzt wochenlang teilweise bei Extreme Fear, also bei extremer Angst. Am Freitag waren wir dann nur noch bei Angst. Das ist schon ein Fortschritt. Und vom Sentiment her gibt es also Spielraum für eine gewisse Erholung. Dann ist es positiv, dass die Marktzinsen so stark reagiert haben auf diese FED-Sitzung. Und ich war hier ja vor drei Wochen schon skeptisch, dass die Zinsen da jetzt immer weiter steigen würden. Ich habe das nicht so richtig geglaubt. Und durch diesen Rückgang jetzt, dadurch fühle ich mich jetzt auch erst mal ein bisschen bestätigt. Als Kanalabonnent, da können Sie meine Videos natürlich immer dann sehen, wenn Sie gerade auch aktuell sind, wenn Sie dabei auf die Glocke gedrückt haben. Und zum Kanalabo geht es hier unten. Außerdem, am Donnerstag, da ist gemeldet worden, dass die Lohnstückkosten in den USA im dritten Quartal überraschend gefallen sind um 0,8%. Und das ist wirklich bemerkenswert. Und am Freitag, da waren auch die Arbeitsmarktdaten plötzlich deutlich schlechter als erwartet. Und die Arbeitslosenquote ist gestiegen. Hurra, den Leuten geht es endlich wieder schlechter. Das heißt Spielraum für sinkende Zinsen. Sie wissen ja, bad news is good news im Moment. Und dann ist sogar ja auch noch der Ölpreis gefallen. Das ist WTI-Öl. Von Juni bis September ist es in der Spitze ja um fast 40% gestiegen. Aber seit einem Monat korrigiert es eben wieder. Obwohl wir Krieg haben in Israel und im Gazastreifen. Nur zu Öl ist meiner Meinung nach das letzte Wort noch nicht gesprochen. Da würde ich sagen, das ist ein ganz eigenes Thema jetzt nochmal. Und dazu kriegen Sie von mir diese Woche auch eine neue Hauspost. Öl und Öl-Aktien. Wir haben immer noch ein paar Analysten, nämlich die deutlich höhere Preise jetzt erwarten in nächster Zeit. Und worum es da geht und wovon das abhängt, das erfahren Sie da. Die Hauspost ist gratis. Jeder kann sie lesen. Und wenn Sie sie noch nicht kriegen, dann fordern Sie sie einfach an auf www.heinrichs-hauspost.de. Okay, Öl ist immer noch ein spannendes Thema für Anleger. Aber zurück zur Jahresendrallye. Also, wir haben Börsen, die überverkauft waren. Wir haben die FED jetzt gehabt. Wir haben die Arbeitsmarktdaten jetzt gehabt. Das hat die Sorgen etwas beholt alles. Und wir sind jetzt auch wieder näher an dem Szenario, das wir in der guten ersten Jahreshälfte gehabt haben. Und wir haben aber eben auch Institutionelle, die anscheinend immer noch stark untergewichtet sind in Aktien. Hier wieder mal das Sentiment der Großanleger aus der Umfrage der Bank of America aus der letzten. Die sind schon seit über einem Jahr sehr, sehr vorsichtig. Und die Erholung ab letztes Jahr und dieses Jahr dann auch, die haben sie offensichtlich verpasst. Und die müssen sich jetzt aber langsam sputen, damit sie am Ende vom Jahr nicht eine viel zu niedrige Aktienquote ausweisen müssen. Auch das kann den Markt jetzt stützen. Und was man aber natürlich auch sehen muss, die Jahresendrallye ist einfach auch die Jahresendrallye. Man muss sie nicht begründen. Und die kommt meistens auch einfach so, weil bald Weihnachten ist, weil wir das ganze Jahr über brav waren, weil wir sie uns auch verdient haben. Und weil wir auch einfach alle davon ausgehen, dass sie kommt. Natürlich ist es kein Naturgesetz, dass es eine gibt. Aber von 1928 bis 2021 ist der S&P 500 Index im vierten Quartal in 73 Prozent der Fälle gestiegen. Und davon abgesehen, ich habe hier letztes Jahr im Oktober auch in einem schwierigen Marktumfeld auch schon eine Jahresendrallye prognostiziert. Und ich habe damit recht gehabt. Also warum soll es nicht nochmal klappen jetzt? Aber Scherz beiseite. Ich glaube, eine Erholung jetzt, das gibt die Lage im Moment her. Garantien gibt es natürlich keine, aber ich sehe da eine gute Chance. Nur, wenn sie dann kommen sollte, sagen wir mal die nächsten drei, vier Monate. Und wenn dann die Stimmung auch wieder besser sein sollte oder wenn sie vielleicht sogar schon wieder sehr gut ist, dann sollte man als Anleger, glaube ich, nicht zu überschwänglich werden, meiner Meinung nach. Weil nächstes Jahr, da geht das gleiche Geeier genauso weiter. 2023 war eine Hängepartie. Für die Anleger war alles sehr schwer zu interpretieren, weil einerseits ja die US-Wirtschaft sehr robust geblieben ist. Natürlich ist sie auch stimuliert worden durch unheimlich hohe schuldenfinanzierte Staatsausgaben. Und dadurch hat es aber eben auf der anderen Seite erstmal keine Aussicht gegeben auf Zinssenkungen. Nächstes Jahr kann da ein bisschen Bewegung kommen in die Sache jetzt. Es kann vielleicht auch klarere Hinweise geben, dass Zinssenkungen doch kommen, wenn die Inflation weiter zurückgeht. Nur, das passiert eben sehr wahrscheinlich auch nur dann, wenn die Konjunktur auch wirklich nochmal deutlich abkühlt in den USA. So wie es in Europa schon lange der Fall ist. Und ob das dann aber die Märkte immer noch so toll finden, wenn dann auch die Gewinne runtergehen von den Unternehmen, das ist die ganz andere Frage. Grundsätzlich preisen die Börsen meiner Meinung nach immer noch ein Szenario ein, das auch immer noch rosa-rot ist. Also eine wunderbare sanfte Landung. Und das muss aber eben nicht unbedingt so kommen. Unter anderem darum, weil die Inflation, gegen die die FED kämpfen muss, weil die zum Teil vielleicht auch schon strukturell ist. Siehe Arbeitsmarkt. Und darum ist es vielleicht nicht ganz falsch, wenn man auch nächstes Jahr als Anleger halbwegs defensiv positioniert ist. Aber kurzfristig kann das jetzt trotzdem die Situation jetzt eine Chance sein, dass man seine Aktienquote jetzt erstmal ein bisschen erhöht. Oder wenn sie schon sehr hoch ist, dass man vielleicht in nächster Zeit ein bisschen was verkaufen kann zu besseren Preisen als jetzt. Und das ist aber natürlich auch nach meiner Meinung selbstverständlich. Und es gilt auch nur Ceteris Paribus, so wie immer. Also wenn nicht noch irgendwas ganz Überraschendes passiert. Und der Krieg im Gazastreifen zum Beispiel, also so schrecklich das natürlich ist. Aber an der Börse, glaube ich, hat man den wahrscheinlich auch bald wieder vergessen. Traurig aber wahr. Wenn er nicht noch mehr eskaliert. Wenn das passiert, dann brauchen sie wahrscheinlich Gold- und Ölaktien auch. Und dazu, wie gesagt, zu letzterem. Dazu gibt es ja dann diese Woche die Hauspost von mir. Gratis für Sie. Ohne Sachkundeprüfung und auch ohne Lebenslauf. Sie können natürlich trotzdem einschicken. Auf www.heinrichs-hauspost.de. Eine Analyse zum Ölmarkt. Genau das, was man als Rohstoffaktien-Junkie jetzt haben muss. Und wie wir alle wissen, die fieseste und die hinterhältigste Droge auf der Welt. Das ist immer noch die Börse. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.